Leute, ein 1-Minuten-Video, bevor mein Bild-Video kommt. Ich habe alten Kaffee gefunden. Es gibt keinen alten Kaffee, wisst ihr ja, ne? Und zwar gab es das mal im Angebot, deswegen jetzt nicht wundern. Das sind CEO-Pads, die gab es mal im Angebot. Und ich habe so eine Pack-Maschine, die steht ja draußen. Und der Kaffee, kann ich euch zeigen, ist abgelaufen. Seit fast 3 Jahren. Ist der abgelaufen. Aber bei Kaffee ist es völlig egal. Völlig egal. Das Einzige was, der verliert, ist Aroma. Da das gut abgepackt ist, da kann ja nichts hinkommen, kann es auch nicht schimmeln. Und deswegen benutze ich den immer noch. Ich habe noch locker 15 Packungen von den Dingern. Ihr müsst nicht immer alles wegschmeißen, genau wie Salz. Auf Salz ist ein Heilbarkeitsdatum drauf. Auf Kaffee auch. Wenn das noch gut abgepackt ist, könnt ihr den problemlos noch verwenden. Guten Morgen. .